Helden, macht euch für den Kampf bereit. Bereit? Eine Schildwache ist immer bereit. Ihr lohnst Gunst auf jeden Fall. Zehn Sekunden. Mondlichtprojektil, Spellammer braucht man nicht. Sternenregen, ich denke ja. Obwohl die Schattenmimik immer noch nice ist. Weil ich glaube ich werde mit Sternenregen spielen. Unlucky. Man sollte ja echt immer dafür sorgen, dass man sein Dingsbum ist immer gut. Schön gemacht. Mein Opfer sichert den Sieg. Ja das meine ich halt, wenn ein Stun kommt, dann muss das Ding ready sein und nicht einfach nur gewusen. Alles. Meine Wunde verheilen. Passt auf! Pass auf! Spiege dafür gehen, sich in Nutzigkeit interessant zu machen. Tief mir, gib mir nie ein subscriber zuhause! the word habe ich richtig damit geballert gerade ein guter doppel kill ein talent zu ihrem ziel kein zeichen der schwäche sondern strategie ich schaute mal Ja. Ich bin wieder gesund. Ja. Vorzerstückt. So sei es. Meine Wunden verheilen. Ja, ich finde das ein richtiger Move. Ja. Die Fracht ist bald wieder bereit. Ich bin wieder gesund. Ja. 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 Schwierig. Das ist ein guter Ball, kann mich jetzt nicht beklagen. Die Hälfte der Stacks. Ja. Ja. Jetzt habe ich natürlich mein E verbraten, ne? Weil ich da dachte, dass die da im Bus stehen. Eieieieiei. Unser Fuhr wurde zerstört. Ja. 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 Ich muss das Ding immer auf Codown halten. Nicht von der Lune. Ja. Ich bin nicht da, Leute. Es ist eine richtig dumme Entscheidung. jaja. Auf jeden Fall. Nicht von mir. Aber wir können. Ihr Ende ist gekommen. Doppelkill! Okay. Außerordentlich. Wir den besiegten. Ich habe euch in die Hilfe. Wir machen Fortschritte. Einsatzbereitschaft wieder hergestellt. Die Bracht wird erneut angefordert. Ich habe euch im Leben. Das ist bitter. Ich denke, ich bin tot. Eskortieren Sie die Fracht zu Ihrem Ziel. Ein gegnerischer Held! Schnackt ihn euch! Unlucky. Diese Stellung halten. Haltet die Gegner von unserem Vorfärben. Ich bin tot. doppel kill ich bin euch überlegen dreifach kill welt ein tolle da komme ich nicht mal ran heißt das noch lange das ist möglich jetzt schon wieder an mir dran ich habe eine kamale aber Nein. Ah, der wird halt hinten rein und mich wegnudeln wollen. Das macht das schon sehr gut. Knappes Match bisher. Ich bleib dran. Wir sind almost stacked. Der Zorn der Göttchen. von hinten leider weggesungen worden das licht der geräumt Doppelkill Unaufhaltbar Jetzt freuen sie mich aber Das soll ihnen eine Leere sein Ich bleib dran an anderen Im Namen von Elune So sei es Ihr Ende ist gekommen Der Blutrausch hat sich in Rauch aufgelöst Ich will nicht sterben Ich tue selbst eine Wirkung Wir machen Fortschritte 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 Die Fracht ist bald wieder bereit. Meine Wunden verheilen. Eskortieren Sie die Fracht zu Ihrem Ziel. Dies ist meine Eule, es gibt viele andere, aber diese enttarnt Gegner. Nächste Woche feiere ich meinen 29. Geburtstag zum zehntausendsten Mal. So sei es. Die gegnerische Fracht feuert. Ärgerlich. Festung zerstört. Aber noch ist es not over. Sprengstoff-Lieferung. Oh, der Keppel hier. Was zum Beispiel ne Sache, die sollte ich nicht machen. Da sollte ich eher mit der Eule hinterher. Wehe den Besieg. Ja, 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 ja. Ich bin der Besuch. Sprengstoff-Lieferung. Gegner getötet. Wie die Götting wünscht. Ich habe dich im Wunden verheilen. Ich habe mich im Wunden verheilen. Ja, ich habe dich hier. Ich bin euch überlegen. Sprengstofflieferung! Ihr Ende ist gekommen. Fracht wird erneut angefordert. Ha! Fucking hell. Schnell, helft mir! Nice. Wie die Göttin wünscht. Eskortieren Sie die Fracht zu Ihrem Ziel. Ja, wir sollten das schon ausnutzen. Wenn drei Leute drinstehen, ist das Ding ja sowieso overpowered. Ja gut, da hätten wir wahrscheinlich sogar finishen können. Ja, das war nicht gut gespielt von uns. Nicht ehrlich. Das war dumm. Das war extrem dumm. Wir hätten einfach reingehen sollen und finishen sollen. Aber so lassen sie ihn halt die Chance. Das sah halt dumm. Das sah richtig dumm von uns. Also von... Ich hätte schon gehen sollen. Ja. 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 Da kann ich meinen Tyree und Sonja durchaus verstehen, wenn sie jetzt angefressen sind. Ja. Ja. Die Stamper ist verkackt. Oh, ja. Ich denke, das ist das Mal, sie hat mich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ahaha. 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 Chanko ist hinten am Kor. Ist der Sieg mein? Hm. Not this time. Ich denke, Chanko ist dead. Oh. Haha. die explosion je nein der core die die ding muss haben die finisht ja nicht gestorben bisschen lack hat auch noch dazu gehört dann muss man ganz klar sagen aber ja für rande man muss halt das q immer auf cd halten das ist so wichtig und ein team falls auf jeden fall immer auf cd halten der autotag ist so schwach dass man eigentlich area attack machen kann also mit mit a angreifung einfach mit links klick a angreifen und dann wird irgendwas attack das ist scheißegal der autotag ist so schwach wenn man nicht gerade autotag bild spielt und dann ist es reicht es eigentlich grundsätzlich um den reset zu bekommen und immer q und e inhalt und w wenn halt die leute escapen oder wenn man halt jemanden schwenken will in dem fall war es der adarak er hat auch ein bisschen luck wollen wir drüber reden aber der andere ist elf mal kapiert das ist schon echt viel gewesen der damage war auch nicht schlecht ja im tyrande kann gut sein aber das sind eben keine also die tyrande spieler die ich bis jetzt gesehen habe haben mich nicht sehr beeindruckt also ich habe immer das gefühl die vergessen einfach ihr q zu drücken es ist aber wie bei lili muss eigentlich nur durchspammen die ganze zeit naja